Hey Leute, mein Name ist Gabriel und heute schauen wir uns an, was die Substitution ist. Bei der Substitution kann man entweder Werte substituieren oder ganze Terme. Beide Fälle schauen wir uns heute an. Legen wir los. Also, was ist Substitution? Formell können wir die Substitution beschreiben, indem wir eine Gleichung oder Funktion als f von x1, x2, x3 bis xn ist gleich 0 darstellen und dann die xn oder sonst eine Variable bis hin zu x2 oder x1 ersetzen. Wir können natürlich auch in mehrere Variablen substituieren, also einsetzen. Wir können beispielsweise Werte oder auch ganze Terme einsetzen. Werden wir etwas konkreter und schauen uns ein Beispiel mit Werten an. Wir nehmen uns diese einfache Schaltung mit zwei Widerständen und einer Batterie. Die Batteriespannung ist UB, die Widerstände sind R1 und R2 und der Strom ist I1,2. Wir nehmen das Ohmsche Gesetz. U ist gleich R mal I. Das formen wir um zu UB ist gleich R1 plus R2 mal I1,2. Das drehen wir jetzt noch um auf I1,2 ist gleich UB durch R1 plus R2. Wir nehmen jetzt die Form wie vorhin. Wir nehmen uns I1,2, das ist unsere Funktion in Abhängigkeit von UB, R1 und R2. Und wir substituieren für R2 gleich 40 Ohm, für R1 gleich 10 Ohm und für UB 5 Volt ein. Wir haben also einfach eingesetzt. Wir haben für UB 5 Volt eingesetzt, wir haben für R1 10 Ohm eingesetzt, für R2 haben wir 40 Ohm eingesetzt und das gibt uns in diesem Fall 0,1 Ampere. Vorsicht jedoch, in unserem Fall haben wir immer nur jede Zahl einmal einsetzen müssen. Diese Funktionsschreibweise soll auch darstellen, dass wir natürlich für jedes UB in dieser Funktion jeweils die 5 Volt einsetzen müssen. In unserem Fall haben wir nur ein UB, aber in manchen Fällen kann UB mehrmals auftreten und dann müssen wir natürlich alle UB mit 5 Volt ersetzen. Dasselbe gilt für die anderen Variablen. Im nächsten Beispiel schauen wir uns jetzt an, wie das Ganze mit dem Einsetzen von Termen ausschaut. Das heißt, wir setzen nicht nur einzelne Werte ein, sondern einen ganzen algebraischen Term. Also, unser Beispiel ist diese Schaltung mit jeweils drei Widerständen und einer Spannungsquelle. Die Spannungsquelle ist eine Batterie, UB und die Widerstände sind R1, R2 und R3. Wir definieren uns hier zwei Maschen, die Masche 1, M1 und die Masche 2, M2. Die Masche 1 gibt uns die Gleichung, UB minus R1 mal I1 minus R2 mal I2 ist gleich 0. Die Masche M2 gibt uns R2 mal I2 ist gleich R3 mal I3. Zuletzt ziehen wir noch die Knotengleichung herbei. Das ist in diesem Fall I1 ist gleich I2 plus I3. Wenn wir uns jetzt Masche 1 anschauen, dann können wir genau die Form, wie am Anfang geschrieben, hernehmen. Wir nehmen F ist gleich abhängig von UB, R1, R2, I1 und I2 und ergibt 0. Wir können uns jetzt I1 herbeinehmen und ersetzen. Das heißt konkret, wir nehmen uns die Knotengleichung her und wir ersetzen I1 mit I2 plus I3. Denn I1 ist ja gleich I2 plus I3. Wir bekommen also 0 ist gleich UB minus R1 mal Klammer auf I2 plus I3 Klammer zu minus R2 mal I2. Jetzt substituieren wir noch einmal für I3. Dazu nehmen wir uns die zweite Masche her. Wir formen sie um auf I3 und können das dann einsetzen. I3 ist in diesem Fall R2 mal I2 durch R3. Nach dem Einsetzen bekommen wir für F ist gleich UB minus R1 mal Klammer auf I2 plus R2 mal I2 durch R3 Klammer zu minus R2 mal I2. Wir sehen F ist jetzt auch nicht mehr abhängig von I1 oder I3, aber dafür ist F jetzt abhängig von UB, R1, R2, R3 und I2. Das Ganze ist jetzt 0 und wenn wir es umformen wollen, können wir I2 herausheben, dann bekommen wir 0 ist gleich UB minus I2 mal Klammer auf R1 plus R1 mal R2 durch R3 plus R2 Klammer zu. Hier können wir jetzt beispielsweise auch wieder Werte hinein substituieren. Das bedeutet, wir nehmen uns die Gleichung her, wir formen sie oben auf I2 ist gleich UB durch R1 plus R1 mal R2 durch R3 plus R2 und wir setzen ein für UB gleich 5 Volt, R1 gleich 1 Kiloohm, R2 gleich 2 Kiloohm und R3 auch 2 Kiloohm. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze natürlich auch auf UB umformen oder auf irgendeinen Widerstand. Ihr könnt das umformen wie ihr wollt und danach die anderen Werte substituieren und ihr bekommt was auch immer ihr für einen Wert da haben müsst, damit das Ganze funktioniert, damit die Schaltung richtig ist. In unserem Fall suchen wir aber jetzt I2. Also, nach dem Substituieren haben wir I2 ist gleich 5 Volt durch 1 Kiloohm plus 1 Kiloohm mal 2 Kiloohm durch 2 Kiloohm plus 2 Kiloohm. Wichtig ist, wie zuvor schon gesagt, müsst ihr natürlich für alle Variablen, zum Beispiel für alle R1, immer 1 Kiloohm einsetzen. Nicht nur einzelne R1 substituieren, sondern alle. So, ich hoffe das Video war hilfreich. Falls ihr mehr Fragen zu den Substitutionen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr mehr wissen wollt zu den kirchhoffschen Gesetzen, die wir heute verwendet haben in diesem Video, schaut euch am besten dieses Video von meiner Kollegin Katja an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.